Hallo, mein Name ist Daniel Quitt und ich trete an für die Stadtratswahl im Waldbezirk 6, das ist Grünau und Seidnitz und für die Stadtbezirksbeiratswahl in der Altstadt. Wir sind hier gerade an der Altwärtsstraße, da hat es ja auch sehr lange Diskussionen gegeben, bis hier endlich mal Radwege gekommen sind. Und das ist auch eines der wichtigsten Themen, die mir sehr am Herzen liegen, nämlich die Verbesserung des Radverkehrs in Dresden. Weil Dresden ist nämlich eine der gefährlichsten Städte für Radfahrende und das muss sich dringend ändern. Außerdem setze ich mich ein für freie Software in der Verwaltung, Stichwort Public Money, Public Code, denn was die Allgemeinheit bezahlt, soll der Allgemeinheit gehören. Außerdem möchte ich, dass es viel mehr Grün in der Stadt gibt. Dresden muss endlich Schwammstadt werden, denn wir werden mit dem Klimawandel sehr viele Wetterextreme erleben und darauf müssen wir uns irgendwie vorbereiten. Deswegen, am 9.06. ist Kommunalwahl. Geht wählen! Am 9. Juni Piraten wählen!